Sandro Wagner ist aus der deutschen Nationalmannschaft zurückgetreten und das sind eure Reaktionen darauf. Toms09 kann Wagners Enttäuschung verstehen. Tja, dass er enttäuscht ist, kann man verstehen. Rein sportlich hätte er es sicherlich verdient gehabt, zumal er bei Bayern mehr Spielzeit bekommen hat als erwartet. Ich war auch überrascht, aber Petersen ist als Backup meiner Meinung nach auch ein guter. Dann haben wir einen Kommentar vom Transfermarkt-User Phil Zuneide zum Rücktritt. Ja, ich kann es schon verstehen, dass man leicht angefressen ist, wenn man während der Quali Leistung gebracht hat und dann für einen Debütanten aus dem Kader fliegt. Sadun schreibt zum Rücktritt von Sandro Wagner, damit beweist Löw endgültig, wie richtig die Entscheidung war. Waikiki versteht die Löw-Entscheidung nicht. Warum zur Hölle nominiert er die beiden nicht einfach auch noch? Götze und Wagner hätten doch locker eine Chance verdient, sich zumindest in den Trainingseinheiten anzubieten. Das kann Löw aus meiner Sicht nicht begründen und ich finde einfach sinnlos, auf die beiden einfach so zu verzichten.